Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute geht es um das große, große Thema CICD. Continuous Integration und Continuous Delivery, wenn man es ausspricht. Ja, das ist wahrscheinlich das Ding, was viele tatsächlich denken, dass es DevOps ist. Dabei ist es eigentlich nur, CICD ist ein Teil von DevOps, aber DevOps ist noch mehr. Das sollte bis hierher schon klar geworden sein, aber ich denke, ja, hier dieses Video wird sich nur auf CICD konzentrieren und es ist auch wirklich ein essentieller Core-Bestandteil. Ich kann es nicht genug betonen, es ist sehr, sehr wichtig. Okay, deswegen wollen wir direkt anfangen und zwar, was ist denn eigentlich CICD? CICD bedeutet, wir haben eine automatisierte Pipeline. Eigentlich das, was man bei DevOps noch so kennt, aber wie gesagt, das ganze Culture-Zeug ist ja auch noch drumherum. Und ja, wir fangen an mit dem Code. Wir schreiben den Code. Ich habe jetzt hier mal Planung weggelassen, das ist quasi schon passiert. Okay, das gehört zum Code schreiben dazu. Wir müssen den Code planen, wir müssen ihn schreiben und so weiter und so fort. Okay, dann bauen wir das Ding als ein kleines Päckchen. Wenn wir das Ding fertig gemacht haben, dann bauen wir es tatsächlich als ein Päckchen und zwar, wir bilden es. Ja, das ist quasi der nächste Schritt. Dann wird genau dasselbe Paket, und das ist jetzt hier wichtig, dasselbe Paket wird weitergereicht an die Unit-Tests. Dort wird alles durchgetestet. Und diese drei Schritte, wenn die automatisiert durchläufen, also klar, natürlich Coden muss man von Hand, aber der Rest muss automatisiert durchlaufen. Dann nennt sich das Ding Continuous Integration. Wenn wir jetzt noch weitergehen und wir sagen, okay, wir machen auch das hier automatisch, nämlich Integration-Tests und Production, dann nennt sich das Continuous Delivery. Das heißt, wenn unser Paket einfach nur gecodet wird und sowohl das Bilden als auch die Unit-Tests, als auch Integration-Tests, als auch Production, also Push auf Production und auch wirklich automatisches Run, also automatisches Ausführen quasi, dann bezeichnet man das als Continuous Integration und Continuous Delivery. Jetzt haben wir hier allerdings noch, also quasi einen kleinen weiteren, eine Nuance, die ich euch definitiv nicht vorenthalten möchte. Und zwar manchmal bezeichnet man das Deployment auch als Continuous Deployment. Aber wenn man normalerweise von CICD redet, dann ist der Teil sogar schon dabei. Das heißt, wenn wir einfach nur sagen CICD, dann meinen wir normalerweise die komplette Pipeline und das muss automatisch ablaufen. Aber nicht nur automatisch, sondern auch absolut zuverlässig und unkaputtbar. Das heißt, es darf nicht schief gehen dabei. Klar, natürlich, Tests können failen und wenn ein Test fehlt, dann muss die Pipeline zum Stehen kommen. Wir können nichts Kaputtes in Production pushen. Dazu haben wir ja die Tests. Aber es ist wichtig, dass die Tests automatisch ausgeführt sind. Und wenn die Dinge erfolgreich sind, dann geht es weiter mit den Integration Tests. Und wenn die Dinge auch erfolgreich sind, geht es weiter mit dem Push auf Production und mit dem Deployment. Und das muss alles komplett automatisch sein. Dann heißt es CICD oder auch Continuous Integration, Continuous Delivery, Entschuldigung. Manchmal, wie gesagt, Continuous Deployment noch hier separat genannt, aber eigentlich relativ selten. So, und jetzt machen wir das einfach die ganze Zeit. Das heißt, wir unterteilen den Code, den wir schreiben, in wirklich, wirklich kleine Teilchen, die dann automatisch immer diese komplette Pipeline gehen. Für uns ist das Pushen, also das, was hier eigentlich als Pipeline dargestellt ist, ist für uns ein Knopfdruck. Den Code schreiben, den müssen wir immer noch, aber insgesamt ein Knopfdruck und dadurch geht natürlich auch die Qualität nach oben. Und selbstverständlich, wir brauchen viel, viel weniger Zeit, bis wir wirklich auch was deployed haben, beziehungsweise bis wir am Markt sozusagen sind. Ja, auch ein wichtiger Punkt ist, wir testen somit früher und in kleineren Steps. Das heißt, diese kleineren Steps, die führen eigentlich, also die kleineren Schritte führen eigentlich dazu, dass wenn was schief geht, wissen wir in welchem kleinen Code-Bereich, nämlich in dem, das wir gerade geschrieben haben, was schief geht, denn ansonsten konnten wir davor ja offensichtlich nicht pushen. Wir können nur pushen, wenn das, also wirklich auf Production pushen, wenn das Ding auch wirklich funktionabel ist. Und somit wissen wir auch direkt, okay, da ist was schiefgegangen, das müssen wir noch fixen. Ja, das heißt, wir haben diese Fast Feedback Loop eigentlich erledigt, das, was dieser Second Way war. Und das ist schon ziemlich wichtig. Normalerweise spricht man hier auch von einem Coffee-Test, das heißt, das ganze Pushen sollte nicht länger als 5 Minuten dauern. Also testen und ja, wirklich Unit-Tests und Integration-Tests sollte nicht mehr als 5 Minuten dauern, wobei das häufig nicht erreicht wird. Man sollte aber irgendwie so in die Richtung peilen, also kurze Tests in diesem Fall. Und über Nacht kann man dann wirklich noch die längeren Tests machen. Dazu komme ich dann im nächsten Video. Es geht hier aber wirklich darum, dass wir die Arbeit, die wir produzieren, also die Cold-Schnipsel, auf das kleinstmögliche runter reduzieren. Das heißt, wirklich ein Feature so minimal halten wie möglich, so dass wir dieses Feature pushen können und dann ist das auch schon wirklich da und fertig. Und ja, tatsächlich gibt es einige Leute, die sogar sagen, don't leave the build broken, also quasi, wenn das Ding kaputt ist, dann darf man nichts mehr machen. Und zwar wirklich gar nichts mehr. Man muss Meetings absagen und so weiter und so fort, wenn das build broken ist. Also wenn man, das hat quasi Vorrang vor allem. Sollte dementsprechend selten vorkommen. Ja, wenn man Tests schreibt, also hier nochmal ganz kurz zu Tests, die Tests, die nicht gut sind, müssen sofort überarbeitet werden, weil diese Struktur hier, die ist einfach sehr, sehr testorientiert. Weil wir natürlich sagen, okay, wenn ein Test schief läuft, dann müssen wir das ganze Ding fixen. Wenn wir aber keine Tests haben oder wenn die Tests scheiße sind, dann können wir hier relativ wenig machen. Deswegen muss man hier darauf achten, dass die Tests wirklich sehr, sehr gut sind und eine hohe Abdeckung haben. Und auch ein weiterer wichtiger Punkt, Changelog. Changelog ist A und O sozusagen. Wir müssen dafür sorgen, dass alles dokumentiert wird, was wir tun. So, jetzt noch ein kleiner Hinweis, und zwar diese Build-Artefakte, die wir hier produzieren. Das heißt, wenn wir das Ding bauen, dann kommt zum Beispiel im Fall von einer Android-App, zum Beispiel kommt eine APK-Datei raus, okay? Und diese Datei wird dann getestet. Das Ding ist, wir müssen hier vorsichtig sein. Und zwar, diese Datei darf sich danach nicht mehr verändern. Das heißt, wir können nicht zuerst Unit testen, dann nochmal ein kleines bisschen was ändern, damit die Tests gefixt sind und dann ohne Testen einfach das ganze Ding durchjagen. Das funktioniert nicht. Wir müssen das als ein Knoten bauen, also zum Beispiel als Docker-Image oder als APK-Datei oder, oder, oder. Und dann wird das ganze Ding durchgetestet und gepusht. Und so haben wir dann quasi, dadurch, dass das Build eigentlich erst mal immutable ist, so heißt das also, sich nicht mehr verändern kann, haben wir eigentlich die Sicherheit, wenn hierauf die Tests funktioniert haben, dann funktioniert es auch wirklich in der Praxis. Also auch beim Deployment, und das ist eigentlich der schwierige Fall hier, auch beim Deployment darf sich dieses ganze System eigentlich nicht mehr ändern. Das heißt, wenn wir Builden, dann sollten wir auch schon wirklich das fertige System quasi haben, auf dem dann die Tests auch wirklich durchlaufen. So, ja, das ist eigentlich soweit ganz grob CI-CD. Klar, das ist jetzt erstmal noch ein bisschen abstrakt. Wir werden uns das aber noch, nicht in dieser Reihe, aber nochmal später ein bisschen genauer angucken, wenn wir dann nochmal in einzelne Tools reingucken wollen. Okay, nächstes Mal geht es um Testing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.